Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Leute, die Jagd nach Pokémon 151 Produkten ist riesig, ja. Ganz YouTube ist voll damit, jeder möchte den Restock, den Reprint von Pokémon 151 Produkten in die Hände bekommen. Die Schwierigkeit daran ist nur, dass nicht allzu viel auf dem Markt ist. Man muss also auch sehr viel Glück haben, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle sein, um an diese Reprints von Pokémon 151, insbesondere auf Deutsch, dran zu kommen. Auch auf Englisch stehen uns ja ein paar Reprints bevor. Wir bekommen Bundles, wir bekommen 151 Minitin Displays, all das habe ich euch auch schon vor circa 4 bis 5 Monaten in dem folgenden Video gezeigt. Schaut mal her, ja, und euch darauf hingewiesen, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt tolle Preise hatte, um sich für die Zeit, die jetzt ansteht, wo alles hektisch ist, wo alles turbulent ist, gut aufzustellen. Ja, ich glaube, oftmals ist so der Gedanke, wenn denn Reprints angekündigt werden, brauche ich nicht preordern, weil dann ja zu dem späteren Zeitpunkt ausreichend von diesen Mengen auf dem Markt verfügbar sind. Manchmal ist das so, manchmal aber auch nicht. Deswegen macht es durchaus Sinn, auch schon bei besonders beliebten Produkten, bei Top Sets, die sehr stark nachgefragt sind, auch frühzeitig zuzuschlagen und vielleicht dann auch zu preordern, wenn man weiß, dass besonders teure Produkte wieder zu einem günstigen Preis zu haben sind und man sich die für in 4 oder 5 Monaten sichern kann. Schaut mal, das habe ich euch vor 4 Monaten auf meinem Channel gesagt. Und die heutigen Informationen sind richtig coole, denn wir bekommen einen Reprint von Pokémon 1.5.1 Booster Bundles und von Pokémon 1.5.1 Mini Tindispels. Also zwei Produkten, die definitiv zu den besten in diesem ganzen Line-Up von Pokémon 1.5.1 auf Englisch gehören. Was kommt, wann es kommt, ja, wie viel kommt und wo ihr jetzt schon preordern könnt, falls ihr es denn schon wollt, zeige ich euch in dem heutigen Video. Booster Bundles lagen damals bei 45 Euro. Schon vor 4 Monaten konnte man absehen, dass das ein heiß begehrtes Produkt ist und Mini Tindisplays lagen bei 120 Euro. Wer den Channel verfolgt, weiß, wie cool ich Mini Tindisplays finde, weil sie auch einfach, wie gesagt, ein cooles Sammlerstück sind und preisleistungstechnisch richtig viel liefern, egal ob für, ja, für Sammler, für Investoren oder für die Menschen, die zu einem günstigen Preis öffnen wollen, ja. Ich habe euch damals in dem Video ein paar Angebote gezeigt. Lasst uns mal ganz kurz draufblicken, zu welchem Preis ihr vor 4 Monaten Pokémon 1.5.1 für die Zeit, die jetzt kommt, preordern konntet. Schaut mal hier hin, Pokémon 1.5.1 Booster Bundles hättet ihr vor 4 Monaten für 27,99 bei Pokéfiat ganz entspannt bestellen können. Und zwar in den Mengen, auf die ihr Bock habt, ja. Das ist natürlich ein Knallerpreis, wenn man bedenkt, dass diese Booster Bundles auf Englisch aus Deutschland hier auf Card Market aktuell für ca. 50 bis 55 Euro verkauft werden, ja. Klar hat sich Pokémon 1.5.1 jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen nochmal mehr in die Extreme nach oben entwickelt. Booster Bundles waren aber auch schon vor 4 Monaten teuer. Wie gesagt, lagen bei ca. 45 Euro. Bei Kufuku hättet ihr sogar vor 4 Monaten dieses 10er Display Case von 10 Booster Bundles für 269,90 Euro preordern können. Auch 4 Q4, ja. Und auch das ist ein Knallerpreis, wenn man bedenkt, dass diese Dinger damals schon 45 Euro gekostet haben, ja. Und jetzt sucht jeder nach diesen Produkten. Jetzt will jeder noch irgendwie drankommen. Ich habe das Gefühl, dass Menschen einfach, ja, trotzdem 50 Euro für dieses Booster Bundle ausgeben, obwohl man weiß, dass ja in der kommenden Zeit noch etwas auf den Markt kommt. Ich glaube, weil viele auch die Angst haben, dass von diesen Produkten nichts mehr günstig auf den Markt kommt. Denn Händler sind ja auch nicht doof, ja. Händler nutzen vielleicht auch solche Gelegenheiten dann, wenn sie noch Stock für sich übrig gelassen haben, um diese dann auch zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Es kommt ja kein Händler her, der wirtschaftlich denkt, der sein Leben damit bestreitet und sagt, ich verkaufe jetzt ein Produkt palettenweise für 25 Euro, wenn das doch auf dem Markt 50 Euro kostet. Und ich glaube, das ist die Sorge von vielen und ich glaube, deswegen hätte es so Sinn gemacht, damals einen gewissen Bestand zu preordern. Aber dazu erzähle ich euch gleich nochmal was im Video, also bleibt dran. Auch die Minitin Displays hättet ihr damals unter Marktfeld preordern können. Schaut mal hier bei Pocke Fiat 99,99 Euro Preorderpreis pro Minitin Display und bei Kofuku 94,99 Euro. Wie gesagt, vor vier, vor fünf Monaten. Aktueller Preis der Minitin Displays liegt auf Card Market zwischen 180 und 200 Euro. Beweise gefällig, hier seht ihr es, Card Market Preis aktuell roundabout 190 bis 200 Euro und tatsächlich nicht mehr allzu viele Stücke hier auf Card Market gelistet. Ähnlich bei den Booster Bundles, wie gesagt, aus dem europäischen Ausland hier ungefähr 50 bis 52 Euro. Aus Deutschland müsst ihr schon 58 Euro für ein, für ein Booster Bundle auf den Tisch legen. Persönlich glaube ich, dass wir hier und da viel mutiger sein müssen. Ich für mich auch, ich für mich auch. Wenn ich sehe, dass Produkte einfach sehr stark nachgefragt sind und wenn ich sehe, dass diese Produkte schon weit weg vom ursprünglichen UVP sind und man dann die Möglichkeit hat, günstig einzukaufen und zu preordern, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, warum man das nicht tut. Denn jetzt ist die Hektik groß. Jetzt wird jeder diese Produkte bei dem Reprint haben wollen und das wird dazu führen, dass das, was auf den Markt kommt, ruckzuck weg sein wird und ich glaube, nur die wenigsten nochmal eine sehr gute Chance bekommen werden, diese Produkte zu günstigen Preisen einzukaufen. Nicht falsch verstehen, die Chance wird da sein. Man muss halt einfach nur Zeit investieren, hier und da regelmäßig schauen und dann halt auch bei günstigen Produkten, glaube ich, auch schnell zuschlagen. Schaut mal, das habe ich euch auch in dem Video vor vier Monaten gesagt. Ich persönlich werde jetzt schon ein bisschen preordern, werde dann aber auch die Augen offen halten, wenn die Ware auf den Markt kommt und dann beobachten, was mit dem Preis passiert. Wenn ihr diesen Channel verfolgt, werdet ihr auch dann selbstverständlich darüber informiert. Gesagt, getan, ich habe damals bei Bundles zugeschlagen und habe mir 300 Booster Bundle gepreordert zu einem Preis, Händlerpreis von ca. 22 Euro. Ob die am Ende kommen, keine Ahnung. Ja, wir werden es sehen. Ich denke mal Anfang, Mitte, Ende November werden auch die Händler eine Info haben, wie viel sie bekommen und dann werde auch ich meine Info haben, wie viel ich von diesen Booster Bundles bekomme. Aber ich glaube, dass man schon mutig sein kann bei besonders beliebten Produkten und dass das vielleicht auch hier und da mal einen hindert, ja vielleicht auch bei so relativ offensichtlichen guten Picks zuzuschlagen und das dann doch auf die lange Schiene zu werfen. Am Ende muss das immer jeder für sich selbst entscheiden. Wir hatten auch damals Kommentare, schaut mal hier, wer fünf Monate vorher bestellt, ist nicht ganz dicht. Ja, oder vielleicht auch ein Kommentar hier warten und dann in Q4 zuschlagen. Die Frage ist immer, können wir das dann allesamt in den Stückzahlen, auf die wir Bock haben, wenn denn dann diese beliebten Produkte gereprintet werden und auf den Markt kommen. Denn heutzutage gibt es ja auch viele Informationen dazu, ja, viele YouTuber machen Videos, dass ja dann auch Dinge jetzt in den Stores vorhanden sind, dass dann auch Dinge, ja, online verfügbar sind. Ja, es gibt ja heutzutage zig auch Deals-Videos, wo immer wieder gefühlt Tag für Tag auf neue Deals angesprochen wird. Und wenn dann diese Produkte auf den Markt kommen, wird das ja auch durch solche Videos dahingehend bereichert, dass ja auch Menschen darauf aufmerksam werden und dann ja auch bei diesen tollen Produkten zuschlagen können und bei diesen tollen Preisen, ja. Führt dann aber auch dazu, dass viele Dinge auch einfach dann auch schnell vergriffen sind. Von daher habe ich jetzt in der ganzen Reflexion des damaligen Videos für mich nochmal den Mut in die Hand genommen. Ich habe ja 300 Stück vorbestellt, aber ganz ehrlich, im Vergleich zu dessen, was ich sonst vorbestelle, ist das etwas wenig, so doof das klingen mag. Denn man hätte deutlich mehr vorbestellen können. Ob man das bekommt, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber ich nehme für mich in der Reflexion mit, wenn es denn doch so offensichtlich ist, dass die Produkte so gut sind und schon deutlich über die UVP sind und ich zu einem richtig guten Preis zuschlagen kann. Ja Mensch, warum soll ich das denn dann nicht auch schon 4, 5 Monate vorher tun? Wenn der Hype und dieses Produkt so groß ist und man sieht, der Hype kann sogar noch größer werden. Siehe Pokémon 151 Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten. Schaut es euch an, wo die Produkte jetzt da sind. Man hätte einfach die Möglichkeit gehabt, ein Pokémon 151 Minitin Display für 95 Euro zu preordern und es in den kommenden Tagen, Wochen zu erhalten. Obwohl der Preis schon bei 200 Euro auf Card Market liegt. Also Leute, Pokémon 151, das Banger Set. Ich glaube, dass das Set sich weiterhin in eine Richtung entwickeln wird, die nur nach oben geht. Von daher freue ich mich, diese Entwicklung zu beobachten. Hoffe möglichst viel auch bei diesem Produkt dann irgendwann mal beiseite gelegt zu haben und dann langfristig finanziell davon zu profitieren. Schreibt E-Mail doch mal gerne in die Kommentare. Habt ihr damals vorbestellt oder ärgert ihr euch, nicht zugeschlagen zu haben? Denn ich glaube, viele von uns haben diese Angebote immer noch im Kopf. Also, liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Vielen Dank.